jo leute was geht ab ich bin's wieder great fireworks du kommst zu einem neuen video auf meinen kanal und heute habe ich für euch die explode swirl raketen hier sehen wir sechs raketen die haben alle verschiedene namen xp 2911 ja sind sechs stück drin wir haben hier eine neem von 120 gramm ich persönlich kenne die raketen nicht da sie im überraschungspaket auch waren ich habe mir auch noch kein test wieder dazu angesehen und ja hier drauf steht spitzen qualität ich hoffe die sind auch zerleger raketen und ich hoffe die haben auch spitzen qualität und ja dann möchte ich euch viel spaß bei dem video und beim test so jetzt haben wir die explode 12 raketen sechs stück und ich würde sagen ich würde euch jetzt ganz viel spaß bei der zündung so ich stehe jetzt hier vom raketen ständer da seht ihr ihn noch mal und jetzt packe ich die raketen da rein und sehen uns wieder so wir haben jetzt hier einmal als erstes würde ich sagen fangen wir an mit der xp 2915 viel spaß heute kleiner special effekt und zwar dieser raketen ständer alle müssen jetzt gewarnt sein und jetzt fangen wir an mit der xp 2915 richtig geile blinker als nächstes die xp 2911 ich glaube das sollte ein brocadeffekt sein aber der ist ein bisschen nebel versunken als nächstes nochmal die xp 2911 ach schade echt schade dass man die brocadeffekt nicht sieht als nächstes haben wir die xp 2914 richtig geile blinker als nächstes haben wir die xp 2915 wieder mit leichten crackling und da hinten geht gerade eine batterie hoch so eine poison machen wir weiter mit der xp 2914 richtig geiler effekt richtig geiles set und ja haut rein bis zum nächsten mal machts gut und tschau bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020